denn alles merke ich mir nicht die ist relativ einfach ich schreibe die gleich mal eben rein kann hier gibt es auch ein text chat ja wie gibt denn der noch mal auf tts punkt was da punkten das ist die ip relativ easy blockbuster crew einfach deswegen weil eine gamer community genau wir sind eine gamer community bei uns gehören wir sind bestehen aus mehreren leuten haben mittlerweile auch eine zusammenkunft mit den chaos zocker angeschlossen das heißt wir sind aktuell heute waren glaube ich fast mal alle mts ne eben ja sozusagen ich glaube ja wir sind insgesamt glaube ich 14 leute mittlerweile finden auch derzeit live streams statt kann man auch dazu sagen ja also öfter wir stream jetzt öfter mal ich bin seit heute 17 uhr schon dabei am stream also mittlerweile seit fünf stunden fünfeinhalb stunden wo steht denn der gerät welcher der bieb der bieb der steht da an der haupt an der straße auch zum beispiel einer von der hat ein grün einer der damit zugehört da hat er bei mir auch nicht schrieben der guckt glaube ich gerade alles teams geist mal geschafft auf dem chat zu gucken der beast wir haben uns auch daherholt hätte ich gesagt genau also er hat sich das gerade auch noch mal so ich schreibe das einfach mal da rein er hat gerade noch mal bei mir in chat geschrieben genauso sieht es aus wir sitzen aktuell im live stream channel von daher wo ist eigentlich mein warum hast du Wo ist meine Gabel von meinem Tracker hingebaut? Das Biest wollen wir uns jetzt auch erzählen einmal. Das kann man besser erzählen. Dein Tracker steht außerdem hier hinten bei uns am Wald und die Gabel liegt auf den anderen Straßen seitdem der Fräse. Also die Schaufel. Ja. Ne, weil ich hab überlegt, ob ich jetzt wirklich mit der Mistgabel weitermache oder ob ich hier den Buffalo voll mache und dann auf den großen Hänger überlade und quasi das so mache. Weil mit dem kann ich schon manchmal die Stimme nehmen und der Mistgabel nur einen. Es wäre übelst geil, wenn es eine Mod geben würde, wie so einen großen Anhänger halt, wo du dann an die Baumstämme ranfährst und der die auflädt. Gibt es? Echt jetzt? Ja, nur ich weiß nicht mehr, wo das Ding kam. Ja, das Ding fehlt noch, die Silage. Wo ist denn jetzt mein Tracker? Ja, da ist der. Der steht hinterm LKW, da so ein bisschen so hinterm LKW. So, Ränder wollte ich noch holen. O, X. Hier, da zwischen mir und dem LKW quasi. Echt jetzt? Ja. Ach da, hinten. Das ist übrigens der, der die Grafikfehler verursacht. Der flimmert bei mir gerade übelst. Wer der Trecker? Ernsthaft? Ja. Der flimmert bei mir gerade. Ich sag jetzt schon mal, Entschuldigung, dass es wenn es bei euch leckt, ne? Aber ich muss gerade Licht anhaben, weil sonst die Stämme nicht mehr. Ja. Ja. Der, aber den kann ich nicht mehr benutzen. Das ist ein bisschen schade, aber der... Aber das macht bei mir eigentlich gar nichts aus. Wie gesagt, ich war ja auch nicht. Ja, sie ist verschieden. Also der hat übelste Grafikfehler. Dann in mir stehen. Ja, dann gucken wir mal, ob die Kölbchen reinlaufen. Fangen wir mal in mir zurück. Er heißt auf TS Deine Mutter. So, gucken wir mal. Was macht denn hier? Ja, guck mal, dann könnte er mal den Chris beim Arbeit zugucken. Lalalala, Deine Mutter. Du bist gar nicht drauf, ne? Hehehe. Okay. Mein Arm. Mein Arm juckt. Ja, das ist natürlich jetzt cool. Ja, jetzt sind wir einen richtig aufliegen. Und jetzt müssen die Ladung auch funktionieren. Ne, ich weiß nicht, warum... Ich weiß nicht, warum der jetzt dauernd auf Basi immer geht. Da spielen sie gleich zurzeit. Ich weiß auch nicht darum. Finde ich aber schön, dass der Erzko mal eben vorbeigeschaut hat. Ja, der ist auch noch da. Dein Pausebild wird gezeigt. Ja, das sagte er ja gerade. Er hat ein bisschen Probleme. Ich streame aktuell auf Hitbox, auf YouTube und auf Twitch. Und nehme gleichzeitig noch auf. Ähm, was machst denn du gerade, Thomas? Ich hole noch mal Kälbchen. Ich hole noch mal Kälbchen. Im ganzen Versuch voll. Ich sehe hier nichts mehr, ne? Ich bräuchte nämlich einmal den Dings ausgeleert. Ich mach mal die Zeit ein bisschen schneller. Verdauert ja nichts, eigentlich kann ja ein bisschen schneller laufen. Was kriegst du nicht ausgeleert? Ich brauch den, den, äh, Dings ausgeleert. Der Biest. Äh, Bernd, dann hol doch den, äh, Orangentwack, wo sowieso schon die Actionzellen drin sind. Ja. Da steht auch noch, da stand auch noch ein Anhänger. Ich hoffe, es gefällt so ein bisschen, was ich hier fabriziere. Ich hoffe, es gefällt so ein bisschen, was ich hier fabriziere. Oh, wir haben auch keine Hackschnitzel hier mehr, warte. So, die Lade steht, Kalt will ich haben, zack, und die Beladung läuft. Oh. DEN Wagen voll verladen mit kleinen Kälbchen. Äh, bist du nicht vielleicht sich noch beim Bambauer stehenbleiben? So, ich gebe dir eine Mutter mal Talkpower, ja? Der hat sowieso keine Mikro. Okay. Soweit er mir geschrieben hat. Du könntest die Zeit eigentlich schon stoppen, also reicht. Wird schon wieder hin. Servus. So, Moment. Moment, mal gucken, wie geht es. So, hängen wir mal an und dann geht das wieder los. Dann fahren wir mal zu Martin. Wo ist er denn jetzt mit dem Biest? Beim Sägewerk hinten bei dem Wald. Da kann man schön vorziehen. So. Geh mal oben in Upload, Download Bereich. Die Beschreibung einfach mal reingucken. Da steht LWS-Mods. Wenn du da draufklickst, kannst du dir da alle runterladen. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich Martin empfinde hier. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Kälberstall, ne Martin? Achso, ja, da hinten hast du ja... Oh, hier wächst auch Mais. Oder ist das Hafergerste? Also, was gibt der Traktor? Schau mal. Perfekt geht das. Ich fahr hier immer geradeaus, ey. So, bitteschön, hast du einen LKW? Mit Rouladen, ja, wenn sie fertig sind, Itzko. Ja, vorhin war ein Schnitzel drauf. So, ich hab dir den Anhänger so da drunter gestellt, dass er immer automatisch alles da draufkackt. Dankeschön. Ja, und hat 151 Mods, richtig. Das ist kein Scherz zu sein, das ist wirklich so. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, Holz liegt ja erstmal genug. Das waren gerade nur zwei Buffloos voll, ne? Muss ich wohl bemerken. Äh, die Orangenen hast du noch nicht, das ist einfach nur, dass da, äh, ne Warnung im Lock steht. Das hat damit nur zu tun. Also, nicht, dass Plink im TS, äh, hier böse sein, nehmen, ne? Boah, keine Scherz. Die waren doch nicht mehr so groß. Und da gehen die ersten Kälbchen hin. So, dann wollen wir mal. Das sind aber große Kühe jetzt. Die sollen jetzt gerade runtergehen, oder? Aber Bero, du willst jetzt nicht mit zwei Holzpaletten fahren, wenn dir noch drei andere vollstehen, oder? Äh, der LKW ist voll mit vier Stück. Was? Bei mir werden da noch zwei angezeigt. Ne, da sind aber vier Stück drauf. Äh, wachst du halt mal kurz stehen. Äh, drück mal jetzt O. Also quasi abladen, dann wieder B laden. Ja, jetzt sehste auch. Was kannst du weiter fahren? B? Wieso B? Hä? Ich hab, ne, ich hab einmal kurz O angetippt, mehr ist nicht passiert. Hast du die auch wieder geladen? Die stehen bei mir immer noch auf dem LKW. Nein, ob die denn auch wieder, äh, alles quasi drauf getan hast? Nö. Okay. Die sind bei mir erst gar nicht runtergegangen. Ciao, bis morgen, Edsko. Ah, okay, dann ist doch das nur bei mir. Ciao. Guck mal, einfach nur im Vorbeifahren. Ja, ich weiß. So, jetzt. Nein, auch nicht aufladen. Wieso? Da würde ich warten, bis die wirklich komplett bis nach vorne gefahren sind. Okay. Weil bei dem passiert es noch schneller, dass du eine Palette unabsistisch auflädst, als bei den Holzbretter nennen. Oh, unsere Felder sind erntereif. Mais? Mais, die 23, kaufe ich ein Maissechler und fahre auf die 23. Okay. Ich komme mit einem Anhänger. Ich unterbreche das Holz. Okay, pass auf, ich mache hier, äh, neben die Handbremse drauf. Äh, ich... Äh, aber irgendwas stimmt nicht. Er sagt immer noch, dass die Bretterpaletten leer sind. Äh, okay. Haben wir den Maissechler schon, ja, ne? Äh, okay, dann kaufe ich den jetzt. Mach der Schuld noch mal kurz welche, dann noch mal gucken. Dann kaufe ich jetzt den Krone Big X. Und ich, ich komme mit dem Hänger. Ja, ich gucke mal eben, haben wir nicht noch die Krone Big X, äh... Leute, 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 ich habe fast alle. Okay, ja, umso besser. Haben wir nicht die Krone Big X Anhängerkupplung noch? Nein, die haben wir rausgenommen, weil die Buggy war, falls du dich einmal... Ja, ist wurscht, ich fahre ich, ich fahre ihn dir her, wir machen das. Ja, gut. Dann kaufe ich jetzt den Krone Big X. Und dann brauchen wir noch das. Aber es gibt auch mittlerweile mehrere Mähwerke mit Maisgebiss oder nicht. Aber das sind keine Häcksler, ne? Genau. Richtig, wir müssen ja Häckse... Was soll ich haben? Nein, die Kostenpflichtigen musst du nicht haben, das haben wir extra gemacht. Ich habe sie auch nicht. Dass wir die rausgelassen haben, weil erstmal von uns die nicht jeder hat.